Nein, ich fahr rückwärts! Nein, ich fahr rückwärts! Träumen weiter, Träumen weiter! So, Fierung, wo bist denn du? Ah, Straßenschön! Ah, ich seh euch! Der fährt mir gleich volle Kanäle hinten rein! Ne, doch nicht! So, ich bremste mal ein bisschen herunter! Alter, der hat so einen ewig langen Bremsweg! Hey, da ist Frodo der King! Ich hab schon mal Frodo gefunden! Da oben kommt der Fierung runter, geil! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte nicht! Ja, danke! Entschuldigung! Kannst du vielleicht losfahren, eventuell? Keine Absicht! So, losfahren! Nein, fahr los! Fahr los, mein Junge! Was ist denn für einen Lappen LKW? Der hat ja gar keine Beschleunigung! Ah, komm! Dann ist halt ein Waschloch! Komm, dann geb ich jetzt halt mal Gas! Ja, ja bitte! Also, ich zieh jetzt auch mal langsam vom Flech weg! Was ist? Ich seh Fieruk langsam in meinem Rückspiegel anschleichen! Mit... Ja, direkt hierhin reinfahren! Ach gut! Ah, morgen großer Tag der Abreise! Ja! Achso, ich sollte mal vielleicht hochschalten! Ich dachte grad, warum bin ich so langsam? Hallo! Also Fieruk, ich will ja nichts sagen, aber irgendwie bist du schneller als das Tempo-Lug. Oh Gott, hier liegt einer! Oh! Oh Gott, ich konnte ihn grad noch so... Achtung, links liegt einer! Mhm. Boah, ich freu mich schon so, die Folge hier zu cutten, weil das wird wahrscheinlich so... Achtung! Nö! Och! Nö! Ich glaub, er ist da, wo wir verfahren. Hilfe! AAAAAAA! Okay. Geschafft! Liegt der auch? Oh fuck! Der, der liegt immer noch! Schade, schade, schade! Schade, schade Schokolade! Mit Marmelade! Fieruk, warum fährst du nur 70? Damit der Typ da hinten auch mal hinterher kommt! Achso! Ja, ich freize grad jemand 80 für die Gegend! Äh... Was weiß ich was, mach doch was da durch! Warum, warum kommst du mir so nahe? Ich seh euch hier vorne! Bitte nicht! Ähm... Grinse Karl! 280 Meter! Oh, guck mal! Ein hollidisches Windrad! Also eine Windmühle aber, ja! Wo, 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 wo? Oh, da, ja! Der auf der rechten Seite! Ganz viele! Irgendwie! Ja, hollidische Windrad! Achso, ja! AAAAAAA! 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 Also... Yay! Wir fahren nach... Wir fahren nach... Wir fahren nach Utrecht! Schalalala! Ah, das war schön! In Utrecht! Äh... In Utrecht! In Holland! Also... Wer uns sehen will, kann da auch hinreisen! Da sind wir! Oh... Ja, ihr seht es ja eh erst in zwei Wochen, wenn ich eh schon wieder, also immer noch echt bin! Ja, ja! Und dann fahren wir morgen... Ja, wir haben äh leider was Trauriges rausgefunden! Wir fahren leider nur Intercity Express und kein ICE! Ähm... Verdammte Axt! Und das... Und der... Der Höhepunkt, der kommt ja jetzt noch! Wehraus! Fahr los! Auf... Da fahrt... ...der ist Sicherheit gar nicht mehr. Ja... Wieso, was waren das? Hahahaha! Alles gut bei euch?! Äh, nachdem der Typ jetzt vor... Fahren ist, äh... Nein eigentlich nicht. Der hat mich so provokant, der hat... ...der hat mich so provokant angehubt! Da musst du dich einfach nicht quer stellen. Ja. Meinen hat's wenig Wunsch. Wie viel Schaden hast du? Äh, nicht viel. Ich hab 20%. 9% auf dem LKW und 6% auf der Ladung. Ah, okay, gut. Hallo. Ja komm, Leute, hubt sie an! Ja, komm! Grenze, Karl! Ich komm! Also wenn du rammst mich jetzt vor den Kanal von der Seite, hab ich grad eher weniger Bomben braucht. Du machst das wahrscheinlich. Äh! Danke für die geile Idee, hi! Oh oh, ich guck mal lieber in den Rutschmängel! Äh, was hab ich verpasst? Ich steh so ein bisschen neben der Spur, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Guck's, Karl! Äh, soll ich mal langsamer werden? Nee! Hi, Virug, was geht's so? Alles Facko? Oh mein Gott! Also ich bin gespannt auf die Folge. Bin ich auch! Hallo, fahr los! Ich glaub, das ist das Thumbnail. Mega lachflisch! Jaaaa! Oh mein Gott! Er ist... Das Thumbnail, nicht immer das Gleiche? Ja, eigentlich schon. Äh, er ist mega. Er ist einfach hinter der Leitplanke. Fahr los! Äh, versuch rückwärts zu fahren, du hängst da in der Border. Ja, ich... Ich steh immer in Amsterdam, ne? Ich steh immer in Amsterdam, ne? Äh, wir fahren weiter. Ich steh in Amsterdam! Ey, das ist ja füß! Wir müssen noch eine Stunde fahren! Dann sind wir aber, äh... In Dingen und nicht in Amsterdam. Äh, Rotterdam, stimmt. Ja. Ähm... Ist auch alles nur wegen... Alles nur wegen Virug, weil der mich auf solche Ideen bringt. Ja genau, alles wegen wir, genau. Ja, ist so. Und ich? Die ganze Menschheit braucht irgendeinen Sündenbobbeln. Das ist in diesem Fall Virug. Was machst denn du jetzt schon wieder, Frodo? Der ist mir voll hier reingefahren. Der hat's grad fast umgelegt. Alt F9. Nein. Alt F9. Hilfe. Was weiß ich was. Naja, ich... Ich bin gleich in Amsterdam, nehm ich an. In Amsterdam. Boah, das erste, was ich in, äh, in Amsterdam mache, ist... Ich kauf mir so ne geile Kappe mit so nem Wii drauf. So, 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 so. Oh ja. Hab ich auch. Alles schon zu sehen. Die ganze Woche. Die ganze Woche. Ja, ich heu ja nur die Kamera raus, wenn ich dann... so sage, ah ja, cool, guck mal, da ist was und so. Weiß... Wenn du so reinfuhren, dann hast du Ding. Du bist ja noch neu in Amsterdam und du bist ja losgefahren. Oha ich bin losgefahren, aber ich bin, äh, ich fahr jetzt gleich auf die Autobahnraufffahrung. Ich bin jetzt gleich in Rototone, die du dran vasst. Ich bin jetzt gerade auf der Amstetammer Autobahn auffahrt, so ein bisschen dran verbreitet. Äh, ich... Schau mal ganz kurz. Wie lange brauchst du noch, Krinsika? Äh... Ich bin jetzt gleich auf der Autobahn drauf. Freu ich sich? Ich glaube, dass du eine andere Ausfahrt nimmst als wir. Ich bin jetzt auf der A10. Ja, fragen sich nur, was die A10 ist, ne? Steht eigentlich auf dem Navi. Ja, also eigentlich... Achso, wenn du da gleich drauf bist, dann... Äh, Leute, hier vor mir ist gerade ein Flugzeug gelandet. Wie geil ist das denn, hier landen Flugzeuge? Ah, ja, da war ich auch schon. Zu Genüge. War sogar schon einmal in Rear. Äh, äh... War relativ cool. Aber... Firo, wo bist denn du? Hm? Also ich warte jetzt kurz. Ich bin auf der A10. Hallo, ich... Ich warte gerade auf den... Ich fahr jetzt im Rückwärtsgang zu dir. Ist mir jetzt... Schnuppe. Hilfe. Wie viel Kilometer habt ihr noch? Äh... 63. Der fällt gleich voll in mich rein. Ja, also ich... Ich hab noch, äh... 72. Ja. Oh Gott. Dann, äh... Bist du. Ich bin gleich da. Ich glaub, in Rotterdam sollte ich erstmal mein Auto gehen. Ja, Führung, ich seh dich. 300 Meter, 200 Meter. Äh, ich... Ich fahr los. Falls der Typ da vor mir ist, ich... Äh... Achso, wir fahren los. Okay. Wir fahren. Oh, nach dem Flugzeug ist gelandet. Hey, das ist ja mal Ultra. Oh, Grinze Karko... Moin, Firuk! Hi. Du siehst im Rückspiegel einfach nur wie so ein LKW-Pastung gibt. Äh, das machen mir eigentlich voll fast keinen Schaden. Voll fast keinen Schaden. Boah, Dico, voll krass fett. Mich hat's auch nur 2% Schaden reingelappt in meinen LKW. Wie, wie, wie in Fuck You Goethe 2. Ey, du bist voll Arzt. Oh, oh. Habt ihr den... Nein, lass deinen Scheiß. Ah, okay, ihr seid echt uncool. Kein Wunder, dass euch niemand mag. Oh, hier sind 100 erlaubt! Woo! Nee, warum? Ach, das ist dann Kackenschild mit 100. Ja, für LK... äh, für PKWs. Vergiss es. Ja, ich bin ein PKW. Wow, Motorfehlfunktion. Schmeiß die Scheiße wieder on you ins. Hier, Koma, hier rollen die Flugzeuge drüber. Über die scheiß Brücke, was? Ja. Da war ich schon mal in RL, das gibt's wirklich. Warum... warum tun die so was? Das sind Holländer. Wahrscheinlich haben die Architekten mal wieder so ein bisschen mal in dem Coffee-Shop. Platz, Platzmangel. Ja, zum einen... ...dass die Flugzeuge auf normalen Null sind. Weil die, äh, müssen ja nach Unmöglichkeit... Äh, Grinselkar, da fährt das klein, äh, in Orangener Laste mit Vollgas an dir vorbei. Und dann fährt der noch ein, äh, grün-blauer Laste mit... An mir, an mir, an mir kommt der nicht vorbei, an mir kommt der nicht vorbei. Ich, 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 äh, halt den an. Ja, will ich jetzt nicht sehen. An mir, da kommt niemand vorbei. Hoffe ich mal. Also ich seh den da so in der, in der Ferne. Oh Gott, ich, ich bin fast umgekippt. Ja, 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 ich seh ihn, ich seh ihn. Ich seh, ich seh einen, der grad an mir vorbei ist. Ich bin jetzt mal ganz gespannt. Also irgendwie bist du grad ganz schön verschwunden. Ha! 61, 62% Schaden hab ich auch nicht genommen. Einfach nur um den Typ zu blocken. Ja, ich seh euch aber, also ich fahr jetzt so lange zu... Also ich ran auch, du meine Güte! Ja, du, du fährst grad gegen die Wand. Nur so, oh, ich fahr auch gegen die Wand. An die Wand! Ja, an die Wand. Hallo! Vielleicht reportet er mich jetzt ja sogar. Ping! Nein, natürlich, ich ran auch keine andere weiter. Nein, ich war immer noch an die Wand. Äh... Erst darauf, der enthält ihn Rotterdam. Hu! So, ich zieh ja mal ganz kurz rüber. Und bremsen, 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 bremsen. Wo? Bremsen! Fahr durch! Ich! Nie fahr durch! Tja, dann können wir uns halt ein bisschen stärker. Ah, danke. Mein Mutter ist wieder angespannt. Ich bin auch so in der Sonne. Ja, ich hatte so eine gute Fehlfunktion. Du bist so ein netter Typ. Ich! Oder Frau. Ups! Ich muss grad voll viel bezahlen, weil ich Geschwindigkeitsüberschreite. Betalung. Du musst nur betalung. Wird das doch eigentlich noch schön zu sagen. Hallo! 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 Nein, 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 nein! So ein Scheiß, den fangen wir schon mal nicht an! So nicht, Freundchen, doch ich spreche aus und meine Regeln! Fierock, war das jetzt... Hat ihr das jetzt viel gezogen? Nö, das hat mir gar nichts gezogen. Hatte ich nur ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, natürlich. So, muss mal ganz kurz hier rüber. Ich hatte nur keinen Bodenkontakt. Waaah, was, was, was ist das? Und halt, die, die denken, ich werde ein Spießer. Ihr habt da den optimalen Beweis, dass ich es nicht bin. Wo waren die, wo ist denn, wo waren die? Hier bitte schon die Einfahrt. Ach, da hinten war die Einfahrt. Verdammt, ich muss nochmal... Sorry, Rückwärtsgang. So, wetten, ich krieg jetzt mehr Abzug, äh, für meinen, äh, Anhänger als Plus. So und an. So. Ein Kaffee ist, äh, zweimal. Au. 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 Autsch. Stoß. Gut aus. Und du musst hier einmal reduzieren durch die Straßenblockade. Annehmbar. Wartung. Präparieren. So, ähm. Ich kauf mir... So, ich lass mich auch. Was machst du? Ich kauf mir hier jetzt erstmal... ...die Garage. Und dann... Hallo, fahr los. Aua. Firo muss jetzt nämlich grad zu einer anderen Firma. Aua. Aua. Bis zumal, Leute. Danke dafür, Alblali. Aber holla. Hey, Firo, geh um mir vorbei zu fahren. Ich seh das als Provokation. Oh, was will der, Alte? So, okay. Also Force Feedback ist zum einen Teil richtig nice. Zum anderen ist richtig kacke. Ja, ich muss halt die ganze Zeit ausstellen. Fahr los. Was zur Hölle ist Force Feedback? Das ist beim Lenkrad, dass du einen, äh, Widerstand hast, oder? Das ist, dass sich das, äh, Lenkrad sogar selbst bewegt. Ja, das finde ich cool. Ah, das stört aber in der Aufnahme. Wenn ich's immer so krieg. Was ist denn mehr drin? Also, meine Freunde, wischt ihr, was ich jetzt mach? Hm? Ähm, I go into my... Warum jetzt b-b-b-bin? Keine Ahnung. So, ich komm jetzt auch gleich mal meinen Anhänger abrufen. Ich bin, äh, Firmenmanager, and then I go to, äh, Kartenansicht, and then to... Beschädigt. Na, hoppla. To you? Ich hab exakt null Euro und null IP bekommen. Danke. Zeig ein. Ja, da hab ich sogar mehr bekommen. Ich hab gar nix bekommen. So. Ich würd sagen, das war's eigentlich heute auch schon. Ja. Leute, hier schwebt einfach mal wieder so ein Anhänger durch die Gegend. Ja, ich glaub ich würde sagen, das war's heute. Ja, die würde ich auch sagen. Deswegen hab ich jetzt jetzt den Abschlussort, weil er gerade nichts gesagt hat. Äh, auch nee, warte, äh, teilt das Video mit euren Freunden. Eure Custine aus 7. Gratis, aus was weiß ich was Eurem Stink sind dann reichen Russen aus was weiß ich wo Nee, du beleidigst Russen, du hast zwei In deiner Gruppe Hallo, kein Himmel bitte, aah Hallo Also gut, von mir auch mein Tschüss, ciao Ciao mit K Ja, also dem Stink reichen Russen dann halt wegen mir Ciao mit K Ciao mit K Hallo, ich will hier raus Also, aah, das funktioniert nicht, naja egal Ciao mit K